Trennmembran-Systemtechnik in Alzenau. Seit über 20 Jahren fertigt das Unternehmen Druckmittlersysteme für Druck-, Differenzdruck- und Absolutdruckmessungen. Das Unternehmen fertigt unabhängig von Messumformer-Herstellern hochwertige Druckmittlersysteme aus Edelstahl und Sonderwerkstoffen wie zum Beispiel Titan oder Tantal. Herstellerunabhängig werden preiswert und schnell Druckmittlersysteme und Zubehör instand gesetzt. Das QM-zertifizierte Unternehmen rundet das Leistungsspektrum mit seiner eigenen Konstruktionsabteilung ab. Namhafte Kunden aus den verschiedensten Branchen wissen die Qualität und Flexibilität der TST zu schätzen. TST GmbH – Ihre starke Verbindung in der Druckmittler-Technik.